Ach, aus dem Zettel. Ja genau. 10 Brüder. Ja, ja. 1000 Brüder. Ja. Ich hätte ganz ganz weit, weil ich nicht den Kind auch noch habe. Andi, los! Hanne hat natürlich einen leichten Vorteil. Er schmeckt nicht von Gestalt. Hat extra 20 Kilo abgenommen für das heutige Spiel. Und hat gesagt, er trinkt auch ab sofort keinen Alkohol mehr. Ja, ich glaube ich zwar nicht ganz, aber mag vielleicht hilfreich sein. Er hilft eigentlich nur Hohenraue. Ja. Ja, das tut mir leid, dieses Publikum. Er hat sich sehr keine Kraft. Ja. Vielen Dank.